Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Clip. Heute haben wir den 26. August 2018 und heute geht es mit der RT 125 zum Oldtimer-Treffen nach Bestensee. Das ist südlich von Berlin, 40 bis 50 Kilometer. Sollten wir im Grunde ganz locker schaffen. Wie immer nehme ich euch gerne mit und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Bis dahin! Sollte Du bist heute wie neu, so kenne ich dich nicht. Warum? Und du trägst so ein liebes Lächeln im Gesicht. Warum? Dein Haar ist wieder gewählt. Du hast Rosen auf den Tisch gestellt. Was ist heute für ein Tag, was feiert heute die Welt? Oh... Mh... Mh... Willst du kurz deine Maschine kurz runter tun? Und du ziehst mich heut so an. Warum? Und du tust so verliebt, als wär ich nicht ein Mann Warum? Und du redest wenig und leis Deine Küsse brennen heut so heiß Und du trägst ein Hallo, möchtest du kurz deine Maschine holen? Jeder weiß, wie unerschwinglich diese Rosen sind Und es ist Winter Und dein rosa Kleid mit weißen Bändern Warum komm ich nicht dahinter? Hallo Ich weiß mir keinen Rat und will den Kalender sehen Und da sehe ich eine Zahl Auf der Torte steht Ganz allmählich wird es mir klar Dass vor 17 Jahren Hochzeit war Hallo, möchtest du kurz deine Maschine holen? Das vergesse ich jedes Jahr Oh, nein, nein, nein Und ich lauf und hol zum Abend Sekt und Kaviar Ja, ja Hallo Na klar Und wenn's das nicht gibt, dann gehen wir heute in die Bar In die Bar Hallo 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 Möchtest du kurz deine Maschine vorstellen?